Herzlich Willkommen zu diesem YouTube Video. Heute zeige ich euch das HTC One M8, das 2014er Modell des HTC One, des, das sei gleich verraten, schönsten Smartphones, welches momentan erhältlich ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz wunderschönes Gerät. Wir schauen uns das an. Wir werden es natürlich mal kurz vergleichen mit dem iPhone 5s, welches ja auch ein sehr schönes Aluminium-Glas-Gehäuse hat. Und wir schauen uns dran, was HTC mit Sense 6.0 gemacht hat und mit Android KitKat, welches da drauf läuft. Ja, also das Gerät selber, ihr seht, ist ein bisschen größer geworden als der Vorgänger. Letztes Jahr, das Gerät war etwas, etwas kleiner. Liegt dafür aber besser in der Hand, weil es nämlich abgerundet ist hier. Das ist nicht mehr gerad, beziehungsweise nicht mehr so eckig wie früher, sondern das ist so ein rundes Aluminium-Uni-Body. Und ich finde wirklich, es ist das schönste Smartphone, welches ich jemals in Händen hatte. Ich sage das einfach so. Und ich hatte schon wahnsinnig viele Smartphones in Händen. Zum Beispiel natürlich das iPhone 5s, welches ja immer noch mein Daily Driver ist. Und das iPhone 5s ist ja auch wunderschön. Ist eigentlich auch ein sehr schönes Gerät. Ich habe jetzt hier die goldene Variante oder die goldfarbene. Goldige ist natürlich nicht Variante. Aber ganz ehrlich gesagt, mir gefällt das HTC One M8. Also das 2014er Modell des HTC One viel, viel besser. Es liegt besser in der Hand. Es ist abgerundet. Und mit einem gebürsteten Aluminium hier hinten, ich habe jetzt die schwarze, beziehungsweise die dunkle Variante, ist es ganz einfach wunderschön. Das iPhone ist auch schön. Klar, sieht auch cool aus. Ist natürlich top verarbeitet. Aber ganz ehrlich gesagt, ich bin mir einfach diesen 4-Zoll-Screen, dieses Mäusekino nicht mehr gewöhnt. Ich mag Geräte, die so um 5 Zoll groß sind. Das hier ist ein 5-Zoll-Gerät. Das ist ein bisschen größer geworden als das 4,7-Zoll, also als der Vorgänger, das HTC One, welches ich leider nicht mehr hier habe. Aber ich bin heute einfach, ich möchte einen großen Screen. Und da ist mir echt ehrlich, das iPhone inzwischen einfach zu klein. Ich hoffe wirklich schwer, dass Apple da was macht, dass dann Ende Jahr oder so auch ein größeres iPhone rauskommt. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Wir schauen uns das an. Was haben wir hier drauf? Wir haben natürlich Android 4.4.2 KitKat. Wir schauen uns das mal an. Wir gehen hier hin, hier hoch, zack, wir gehen ganz runter, wir gehen auf Info, wir gehen auf Software-Informationen, also wie mir das glaubt. Android 4.4.2, KitKat HTC Sense Version 6.0 und dann noch ein paar anderes gedudelt. Jetzt kann man noch da irgendwie, wie geht das, noch da drauf drücken. Da müsst ihr ja eigentlich, naja, anyway, spielt keine Rolle. Ich wollte euch nur das KitKat-Logo zeigen. Aber ihr seht, die Einstellung, da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Das ist ein bisschen flacher geworden, das Ganze. So ein bisschen dieses Flat-Design. Das sehen wir auch hier in diesen Quick-Settings. Das ist alles ein bisschen flacher geworden als früher. Sieht aber eigentlich ganz klasse aus. Ist immer noch sehr praktisch, einfach einzustellen. Eigentlich sehr schön. Mir gefällt, muss ich sagen, HTC Sense sehr gut. Ich bin nach wie vor, war ich schon immer ein Fan von Sense. Vor allem jetzt ist es massiv abgespeckt geworden. Es ist einfacher geworden als früher. Ist nicht mehr so überladen. Und HTC Sense 6.0 geht da sogar noch ein bisschen weiter. Ist alles noch ein bisschen flacher und einfacher. Aber mir gefällt es sehr gut. Sieht klasse aus. Wenn ihr nach links swipet, dann kriegt ihr hier ein Blink-Feed. Wurde ja letztes Jahr von HTC eingeführt. Das ist so euer persönliches Nachrichten-Center, wenn ihr das wollt. Da werden euch Nachrichten von verschiedenen Quellen, können aber auch Tweets sein, Facebook usw. von euren Freunden wird hier eingeblendet und so ein bisschen wie Flipboard dargestellt. Das Ganze nennt sich Blink-Feed. Lässt sich auch deaktivieren. Man kann auch sagen, welches der Home-Screen sein soll, wenn ich hier auf Home drücke. Bei mir ist es jetzt hier der erste Screen. Man kann aber auch sagen, es sei Blink-Feed. Wer das möchte und wer das gar nicht möchte, der stellt es einfach ab. Dann ist Blink-Feed komplett deaktiviert. So, vielleicht zu den technischen Innereien. Was schlummert da drin? Naja, ganz einfach. The best of the best. Wie man das heute so macht. Wie das auch Samsung ja macht mit dem Galaxy S5. Wir haben hier drin, schauen wir es vielleicht mal hier an. Da hinten steht ja das dann drauf. Wir haben hier im HTC One M8 haben wir einen Snapdragon S801. Das Beste, was im Moment auf dem Markt ist. Der taktet hier in diesem Fall mit 2,3 GHz. Etwas weniger hoch getaktet, als das bei Samsung mit 2,5 der Fall ist. Wir haben 2 GB RAM. Wir haben hier die 16 GB Variante vom HTC One. Gibt es auch noch eine 32er. Aber was ganz speziell ist, und das ist neu. Ihr seht, wenn ihr ganz genau hinguckt, dann habt ihr hier einen Slot. Wenn ihr ganz genau hinguckt, habt ihr hier einen Slot. So, was heißt das? Das heißt ganz einfach, wir haben nicht nur den SIM-Card-Slot, sondern wir haben neu hier im HTC One haben wir auch noch einen Micro-SD-Card-Slot. Das heißt, ihr könnt das HTC jetzt erweitern. Das war im letztjährigen Modell im ersten HTC One nicht möglich. Der hatte keine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Hier könnt ihr das tun. Das HTC One M8 dieses Jahr hat auch noch eine bessere Batterie. Ihr seht, ich muss da mal ganz kurz spicken, dass ich das dann auch finde. Das ist nämlich eine 2000, ich glaube 400. Na, Kinder, wo habt ihr es denn aufgeschrieben? Such, such. Ich sollte da oben gucken, das ist nämlich alles gleich. So, ist jetzt hier effektiv gerade nicht aufgeschrieben, aber ich glaube es ist eine 2400er. Die ist deutlich besser als letztes Jahr. Das HTC One, das erste, das größte Problem, welches ich damit hatte, war ganz klar die Akkulaufzeit. Ich war meistens am Nachmittag um drei oder um vier, war es leer. Das hier kommt aber locker durch den Tag. Ich habe es jetzt fünf Tage und habe ziemlich viel damit rumgespielt und muss sagen, es ist überhaupt kein Problem, damit durch einen Tag zu kommen. Wenn es mal nicht reichen sollte, dann haben wir, ähnlich wie das auch Samsung macht, haben wir die Möglichkeit, einen Ultra Power Saving Mode zu aktivieren. Der ist hier oben. Extremer Energiesparmodus. Willst du wirklich? Will ich. Dann schaltet das Handy zurück und was ist es jetzt? Jetzt ist es eigentlich so eine Art, naja, man könnte sagen Dump Phone. So eine Art besseres, normales Telefon. Das heißt, ihr könnt telefonieren, ihr könnt SMS verschicken und empfangen. Ihr könnt Mails checken, aber nur manuell. Kalender und Rechner und sonst nichts. Also das ist jetzt quasi eigentlich alles, was ihr machen könnt. Mehr geht hier nicht. Klar, ich kann auf Mail gehen, da geht die Mail-Applikation auf oder auch nicht. Das Ganze ist auch runter geregelt. Der Prozessor tickt natürlich jetzt deutlich weniger hoch. Der ist weniger hoch getaktet. Aber dadurch sollt ihr mit fünf Prozent noch mal locker einen ganzen Tag lang, beziehungsweise sogar 24 Stunden, das Ganze benutzen können. Also wenn es mal ganz knapp wird, ihr seid im Zug unterwegs oder sonst wo und merkt, ups, es wird langsam knapp, aber ich muss noch drei Stunden Zug fahren und möchte zumindest erreichbar sein, dann könnt ihr diesen Modus aktivieren und seid damit eigentlich dann auf der sicheren Seite. So, wir machen das jetzt mal raus, weil ich habe ja noch Akku. Was ganz schön ist bei HTC, was sie gemacht haben mit Sense 6.0 ist, ihr könnt verschiedene Gesten benutzen. Also jetzt ist es ja deaktiviert und wenn ihr zum Beispiel so macht, na, Vorführeffekt, so, dann geht es direkt auf den Homescreen. Vorausgesetzt ihr habt keine Bildschirmsperre oder keinen Security Code eingestellt. Den habe ich jetzt deaktiviert. Wenn ihr von unten nach oben wischt, dann geht ihr auch direkt hierhin und wenn ihr von, Quatsch, muss ich auch sagen, wenn ihr von links nach rechts geht es direkt im Blinkfeed. So, seht ihr, jetzt seid ihr gleich im Blinkfeed drin und es gibt noch eine letzte Swipe-Geste, die von oben nach unten, wenn ihr von oben nach unten zieht, dann kommt hier die Sprachsteuerung. Da könnt ihr jetzt sagen, bitte XY anrufen und dann wird er das versuchen zu machen. Also ihr seht, ihr könnt das Gerät, das ist so ein bisschen wie LG das macht mit ihrer Knock-Technologie. Ihr könnt das Gerät quasi aus dem, aus dem, ähm, aus dem Schlaf, beziehungsweise aus dem gesperrten Modus mit einer Geste erwecken. Das finde ich ganz praktisch. Was leider nicht geht oder ich habe es noch nicht rausgefunden, dass man es deaktivieren kann. Das ist ja zum Beispiel beim LG G2. Ist das cool? Da kann man Doppeltab auf den Bildschirm machen und dann stellt das Gerät ab, beziehungsweise geht in Standby-Modus, weil, ganz ehrlich gesagt, ich habe ein Problem mit der Platzierung des On-Off-Buttons bei HTC. Das war schon letztes Jahr so. Hier auf der Seite haben wir die Lautstärke-Wippe. Hier haben wir nichts. Da unten haben wir MicroSD-Anschluss. Hier natürlich Klinke für Mess-Headset. Linke Seite nichts, beziehungsweise hier der SIM-Card-Slot. Da sage ich dann noch was dazu. Und dann haben wir da oben, ihr seht, hier ist der On-Off-Switch. Und wenn ich das Gerät so halte, ich habe relativ große Hände, geht das gut. Aber das Ding abzustellen, da muss ich jedes Mal hoch und dann, seht ihr das? Das ist nicht praktisch. Das hätte man locker noch hier unterbringen können, dass man es hier oder da oben zum Beispiel, das ist nicht praktisch. Also aktivieren muss ich es ja nie damit. Ich kann ja einfach machen, Swipe und dann bin ich ja auch da. Aber abstellen habe ich ehrlich gesagt noch nie rausgefunden, wie man das macht. Ob man das auch mit irgendeiner Geste machen konnte, das wäre nämlich echt cool. So, das kennt ihr ja, da könnt ihr quasi dann die Home-Screens und so. Es gibt schon verschiedene so Gesten, aber ich habe einfach noch keine gefunden, welche das auch deaktivieren würde. Also muss ich jedes Mal hier oben drücken und das ist nicht praktisch. Falls ihr wisst, wie das geht, dann hier unten in die Kommentare hacken, bitte. Das wäre echt cool. Also schreibt mir doch, oder schreibt mir eine E-Mail und sagt mir, wie man das machen kann. So, an und für sich sonst super schnell natürlich alles und eines der größten, naja, Features, ich sage nicht Feature, ich sage euch dann gleich warum, aber jedenfalls im Marketing und in der PR von HTC wird das ganz groß rausgestrichen. Das ist hier die Ultra-Pixel-Kamera. Die Ultra-Pixel-Kamera hat HTC ja letztes Jahr mit dem One eingeführt. Die Idee, die Pixel dieser Kamera sind größer als normale Pixel, dadurch kommt mehr Licht durch. Das heißt, in eher ungünstigen Situationen, wenn es so ein bisschen dunkler ist oder nicht optimal beleuchtet, soll diese Kamera bessere Aufnahmen machen. Dafür hat sie aber nur 4 Megapixel. Letztes Jahr im HTC, im ersten HTC One, war noch ein OIS, ein optischer Bildstabilisator dabei, der quasi optisch die Linse stabilisiert hat, weil ja im Dunkeln die Belichtungszeit steigt und dadurch das Zittern dann mehr gesehen wird. Dadurch sind dann die Fotos unscharf. Das hat sehr gut funktioniert. Dieses Jahr ist grundsätzlich genau die gleiche Kamera eingebaut, auch 4 Megapixel, ebenfalls Ultra-Pixel, aber man hat den OIS weggespart. Also hier ist keine optische Bildstabilisierung mehr drin. Man hat natürlich dann eine drin auf Software-Ebene, aber die ist nie so gut. Dafür hat man da oben etwas, was aussieht wie eine zweite Linse. Das Ganze nennt sich Dual-Kamera und das ist aber keine Kamera, das ist eigentlich ein Sensor. Der Sensor, der misst die Schärfentiefe. Das heißt, wenn ich etwas fotografiere, dann kann ich quasi nachträglich dann sagen, wo ich den Fokus haben möchte. Möchte ich den eher vorne oder möchte ich den eher hinten? Da gibt es dann so verschiedene Effekte, die man machen kann. Ist ganz cool, lässt auch ein paar ganz coole Sachen machen. Ich werde dann bei meinem ausführlichen Testbericht auf eifrig.ch ein paar solcher Fotos hochladen, wo ihr den Unterschied seht. Aber ich sage es euch gleich, die Kamera des HTC One ist definitiv kein Highlight. Die macht, naja, die Fotos sind okay, aber auch nicht mehr. Die sind gut für auf Twitter, auf Facebook. Das kann man sicher brauchen. Aber wenn man wirklich richtige Fotos machen will, ist sie den anderen momentanen Top-Geräten, wie eben zum Beispiel hier dem Galaxy S5 oder dann da drüben dem, wir hatten es vorhin schon, dem iPhone 5S deutlich unterliegen. Also die Kamera ist weniger gut, muss man leider sagen. Was hingegen ganz, ganz cool ist bei der Kamera, ist das Graphical Interface, also die Bedienung dieser Kamera. Also ihr seht, hier kann ich mal einfach grundsätzlich draufdrücken, dann wird ein Foto geschossen. Wenn ich draufbleibe, kommt Dauerfeuer, also sprich, da werden mehrere Fotos geschossen. Wenn ich hier draufgehe, dann komme ich gleich hier hin und ihr seht jetzt hier quasi die Einstellungsmöglichkeiten. Das finde ich super schön gelöst, sieht einfach geil aus, ehrlich gesagt. Kamera, Dualaufnahme kann ich jetzt auch machen. Was heißt das? Das heißt, ich kann mich hier noch mit der Frontfacing-Kamera fotografieren und dann kann mir da quasi noch ein Foto machen. Zack. So, jetzt haben wir das. Oder eben das Selbstportrait, dann switch ich natürlich komplett auf diese Kamera hier, seht ihr so. Zu der sage ich noch was, die normale Kamera hier. Und dann könnt ihr natürlich Video aufnehmen, ihr könnt Panorama aufnehmen und ihr könnt Zoe, die Zoe-Kamera starten. Zoe, das Feature wurde ja auch letztes Jahr mit dem HTC One eingeführt. Zoe macht so quasi aus euren Fotos so eine Art Minifilm, wird dann noch mit Musik unterlegt und so, sieht ganz knackig aus. Sehr viel automatisch wird da drin gemacht. So, wenn ihr normale Kamera wählt, könnt ihr natürlich hier auch noch hier oben verschiedene Einstellungen machen. Ich gehe mal hier drauf, um euch zu zeigen. Make-up, Stufe, Bildanpassungen zuschneiden. Ihr könnt ein Raster einblenden. Wenn ihr, wie ich, immer schiefe Bilder macht, seht ihr, dann seht ihr hier noch so ein kleines Raster drin. Oder ihr könnt natürlich Fotos mit Geotag logisch nach der Aufnahme ansehen. Das ist so klassisches Kamerazeugs. Oder dann eben, was haben wir noch, Selbstauslöser, Speicher, wohin, SD-Card, ich habe jetzt eine drin, kontinuierliche Aufnahme, sprich, wenn ihr da drauf bleibt, dass eben dann Dauerfeuer kommt. Hier hat es noch ein paar Kameraoptionen, automatisches Lächeln, Berühren, um Aufnahme zu machen und so weiter. Und dann, was haben wir noch ganz unten, selbst so, Lautstärketasten. Ihr könnt sagen, was wollt ihr mit den Tasten machen? Wollt ihr mit denen zoomen, mit den Lautstärketasten? Oder wollt ihr mit denen die Lautstärke ändern? Oder es gibt noch eins mehr? Oder wollt ihr die Aufnahme damit auslösen können? Und dann, was ich wirklich super cool finde, wenn man hier rumspielt, kann man hier, seht ihr das hier, als Kamera speichern. Das heißt, ihr könnt eure Einstellungen speichern. Ihr könnt zum Beispiel eine Einstellung machen für drinnen, ihr könnt eine Einstellung machen für wenn ihr draußen seid und so weiter. Das finde ich, ehrlich gesagt, eine ganz, ganz clevere Sache. Also wie gesagt, die Bedienung dieser Kamera, die macht echt Spaß. Hier habt ihr so verschiedene Effekte, die ihr gleich dann noch auswählen könnt. Also das ist auch, hier habt ihr dann das mit der Schärfentiefe, wo wir da ein bisschen spielen können. Ich mache jetzt mal ein Foto. Zack. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das jetzt dann gleich umändern kann. Das mache ich dann nachher. So, also ihr könnt da so richtig mit der Schärfentiefe spielen. Wo war ich vorhin? Ich glaube, da oben ist dann Standard. Normal, genau. Ihr könnt hier natürlich noch ISO, Auto und so weiter. Also ihr könnt da ganz viel einstellen, wenn ihr wisst, was ihr tut. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin so ein Automatikknipser, am liebsten einfach zack und dann muss es möglichst gut sein gleich. Das möchte ich dann bitte gern. So, dann mache ich nochmal ein Foto. Zack. Also ihr seht, das ist natürlich auch super schnell überhaupt. Das Smartphone reagiert überall, jederzeit wahnsinnig schnell. Klar, ihr habt wahnsinnig viel Prozessor-Power drin. Also da werdet ihr nie Probleme bekommen, sage ich jetzt mal einfach so. Das ist wirklich super, super zackig alles. Ja, die Kamera, die haben wir uns angeschaut. Blinkfeed, wie gesagt, ist auch dabei. Und dann den Ultra-Power-Saving-Mode haben wir auch. Das wunderschöne Gehäuse und vielleicht noch zwei Dinge. Ich habe vorhin gesagt, die SIM-Karte. Ihr seht hier den SIM-Kart-Slot. Der ist relativ groß, aber leider, sage ich mal, da ist eine Nano-SIM drin. Ich verstehe nicht genau, warum die Geräte immer größer und die SIM-Karten immer kleiner werden. Es ist mir nicht so ganz klar, warum das so sein muss. Apple hat damit angefangen mit dem iPhone 5. Da kam die Nano-SIM, diese ganz, ganz kleine SIM. HTC zieht jetzt nach. Ja, ich finde es nicht so praktisch, weil, wie gesagt, ihr seht, ich habe hier ganz viele Smartphones. Die teste ich auch immer wieder mit SIM-Karten, damit ich sie wirklich im Daily-Business brauchen kann. Ja, und die allermeisten halt, die haben Micro-SIM. Das hat sich so ein bisschen etabliert. Eben auch das Galaxy S5. Und dann kommt jetzt halt das iPhone. Das war schon. Und jetzt kommt noch HTC mit der Nano-SIM. Da muss ich immer ein bisschen frickeln oder dann mit Klebewand, mit Adaptern und so. Wenn ich da die SIM-Karte wechseln will, wie gesagt, mir wäre am liebsten einfach nur ein Standard. Aber anyway, ist kein großer Nachteil. Ihr müsst einfach wissen, wenn ihr das Gerät kauft, müsst ihr unter Umständen eure SIM-Karte wechseln. Oder ihr schnippelt selber dran rum, aufs Risiko, dass ihr den Chip zerschneidet. Dann, ihr habt hier eine Frontfacing-Kamera und das ist eigentlich ganz witzig an diesem HTC One. Hier hinten habe ich gesagt, Ultra-Pixel-Kamera mit diesem Dual-Sensor, 4 Megapixel. Da vorne haben wir eine 5 Megapixel-Kamera. Das heißt nichts anderes, als dass ihr rein qualitativ eigentlich vorne, wenn ich jetzt hier auf Selbstporträt gehe, also diese Aufnahme hier, die hat mehr Pixel, als wenn ihr das dann wieder umdreht. Ihr könnt übrigens einfach so swipen. Seht ihr das? Finde ich auch ganz praktisch. Ihr könnt einfach zack, links, rechts, egal, jetzt nochmal weiter, dann schalten wir wieder um. Seht ihr, da könnt ihr jederzeit hin und her schalten in der Kamera. Also die Frontfacing-Kamera ist natürlich klasse für Selfies. Die ist richtig gut, 5 Megapixel. Mir ist keine Kamera, kein Smartphone bewusst, welches eine so gute Frontfacing-Kamera hat wie das HTC One. Wir haben natürlich Boom-Sound. Hier ist ein Speaker, da, ihr habt das Stereo-Lautsprecher. Das tönt auch richtig knackig, das tönt richtig laut, das tönt richtig hammermäßig. Das war vorher schon gut beim HTC, beim One, beim ersten vom letzten Jahr, aber das wurde jetzt noch besser. Also das ist wirklich auch eine ganz, ganz klasse Sache. Rein audiotechnisch auch da das beste Smartphone, welches es gibt. Tja, Fazit. Sehr schönes Smartphone, hervorragend, der Akkulaufzeit. Vom Design her, das aller, aller schönste Smartphone, welches es momentan auf dem Markt gibt. Nicht nur Android, ganz generell. Ich sage das jetzt mal einfach so. Das GUI, Graphic User Interface, überhaupt die ganze Oberfläche, HTC Sense 6.0, gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich wirklich klasse. Schön gelöst, funktioniert gut, clevere Features. Also wirklich auch da ganz toll. Akkulaufzeit ist wunderbar. Einziger wirklicher Nachteil, die hintere Kamera, also eigentlich die Hauptkamera. Naja, die Fotos sind okay, aber wie gesagt, da gibt es inzwischen deutlich bessere Smartphones und ich finde das sehr schade, weil ich doch sehr viel fotografiere mit dem Smartphone auch. Das ist in meinen Augen ein Nachteil. Diese Kamera ist, naja, so lala. Ich werde dann im Testbericht Fotos hochladen. Die Frontfacing ist klasse, aber die brauche ich ehrlich gesagt eigentlich nie. Das ist eigentlich der einzige Nachteil. Sonst ist es ein wirklich ganz, ganz tolles Smartphone. Es hält lange, es ist super schnell, hat LTE natürlich alles drin, was man nur kann im Moment technisch. Also ist ein super, super schönes Smartphone, wirklich. Und wenn ihr sagt, okay, ich fotografiere vor allem für Facebook und Twitter und Google Plus und was auch immer und nicht unbedingt für das große Poster an der Wand oder so, dann ist diese Kamera natürlich klasse. Dann könnt ihr sie super brauchen. Ihr könnt dank diesem Dual-Sensor so ein paar schöne Effekte machen. Also da will ich gar nichts dagegen sagen. Auch hier habt ihr einen Dual-LED-Blitz, der so ähnlich funktioniert wie beim iPhone 5S. Das heißt, ihr habt auch verschiedene Farben, die ihr hier auswählen könnt, beziehungsweise die die ganze Szenerie dann ausleuchten. Das ist ein bisschen besser, weniger kalt, als wenn man nur einen weißen LED-Blitz drin hat. Also da hat Samsung das schon richtig gemacht. Einfach, was ich mir wünschen wäre, wären noch ein paar Megapixel mehr in dieser Kamera hier vielleicht 8 oder so. Das wäre dann wirklich das Nonplusultra. Dann wäre das Gerät definitiv ungeschlagen, sage ich mal. Und übrigens noch ein ganz schöner Zug von HTC. Ich möchte das jetzt mal extra erwähnen hier im Video. In der Packung das Übliche. Aber seht ihr das? Es gibt ja noch dieses coole Cover, wo man dieses gelochte Cover, wo man dann durchs Cover durch gewisse Sachen anzeigen kann. Das habe ich noch nicht. Das werde ich dann in einem separaten Video noch zeigen. Aber ich finde das echt cool. Wir zahlen 6-700 Euro für diese Premium-Smartphones. Und HTC ist der erste, der erste Hersteller, die noch so ein Case dazu liefern. Hey, klar, das kostet 50 Cent im Einkauf für HTC. Aber für mich ist es doch ganz praktisch, weil ich weiß, okay, wenn ich es mir um den Schutz gehe und ich möchte meine Smartphones immer ganz schön haben, ich mag keine Kratzer, ich gebe mir da wahnsinnig Mühe immer, weil ich die meistens kaufe und dann irgendwann mal auch wieder verkaufe. Also bin ich doch froh, wenn ich da so eine Hülle drum habe. Und das finde ich jetzt echt cool von HTC, muss ich wirklich sagen, dass die einfach so eine Hülle mitliefern. Klar, es ist nicht eine Premium-Hülle, überhaupt nicht. Aber hey, die reicht völlig. Die ist genau schön, passgenau, deckt sie ab, was es abzudecken geht. Hier unten hat man das noch so ein bisschen gelöst. Ihr seht so, klack, kann ich es dann reinklinken. Da kommt auch kein Staub und kein Dreck rein. Also klasse, super Sache HTC. Hey, beide Daumen hoch. Finde ich echt cool, dass ihr das mitliefert. Würde ich mir von anderen Herstellern auch wünschen. So, das war mein kleiner Hands-on. Naja, da kommen schon wieder irgendwelche Meldung rein. So, das war mein kleines Hands-on-Video vom HTC One M8. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Meldet euch. Ich werde dann den ausführlichen Testbericht auf iFrick bald noch publizieren, aber dazu möchte ich es noch ein paar Tage, beziehungsweise vielleicht noch zwei Wochen oder so, selber ausführlich testen. Das war Jean-Claude Frick für iFrick. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.